Fast ein zweitel, ein zweitel, ja. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin einfach über seinen Kopf gesprungen. Und dann wusste er halt nicht mehr, wo ich war. Taktik, Mann. Einfach über seinen Kopf springen. Er denkt, du gehst genau da die Treppe hoch. Du springst einfach mit der Schattengranate über seinen Kopf. Und er verfehlt den Schuss. Dann hört er den Sound und weiß nicht, ob es unten ist oder oben ist. Das ist mega gemein. Ach, nicht du. Ach, nicht noch einer. Was willst du? Willst du sterben? Nee, ich hab keine Metz. Und jetzt kommt da noch einer und ich sterbe. Ich werde jetzt predikten, dass da noch einer kommt. Und mich so in Asche verbrannt, weil ich gar kein Leben hab. Hier ist es gleich im Ort im Ort. Geh raus und wird jetzt abgeknallt. Okay, blaue. Oh, ich hab richtig das Gefühl, dass mich gleich jemand lasern wird. Gut. Ich merk's schon richtig. Innerlich. Dass sie noch jemand sein muss. Ich merk, dass es richtig ist. Guck! Ich hab's gesagt! Da kommt sogar noch einer gleich hinterher. Oh, ich hab's gesagt! Ja, hier ist noch einer. Sieben Kills. Alle. Ich hab die alle getötet. Nein, eigentlich nicht. Ich wurde sonst immer... Ich hab einen getötet. Ich hab ganzes Planet Park getötet zuerst mal. Und da kommen gleich zwei andere. Das hatte ich sehr oft schon. Manchmal bin ich gestorben, weil die mich beide gelasert haben. Oder ich bin... Oder ich hab's geschafft, weil die... Weil die sich beide gelasert haben. Und ich dann einfach nochmal reingelasert hab. Bro, in den Fällen, ich hab ganz... Ich hab alles zerstört. Da kommen noch mehr. Und da... Und in diesen Fällen hab ich kein Leben mehr. Das ist das Problem. Jetzt hatte ich einmal etwas Leben. Aber nicht so viel. Das ist das Problem. 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 Oh Gott. Normalerweise, ganz gut. Zwei Slurpers. Wie dumm kann man sein, uns zwei Slurpers liegen zu lassen? Bruder, das ist mega viel. Ist das den Typen nicht bewusst? Slurps sehen kacke aus, sind aber perfekt. Fischstück. So ein Fischstück. So witzig zuzugucken. Wie süß. Fischstück. 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 Ach, das steht. Oh mein, ruf? Oh, nein. Bautart von ihr, von Israelus organisiert. Bautart von vraagsticken insmesi Guru. So will ich die Beheit aus Troyvenzieren? Ja. Ja. Oân, ersESSrich der Saison. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist eine richtig geile Taktik Da glitschst du, wenn es eine Holzwand ist, einfach da durch Das heißt, ich kann es einmal demonstrieren Warte Und jetzt Durchgesprungen Ganz einfach Man springt durch die Wände Durch die ZDF So, das ist kurz Campingfire gegönnt Ist der eigentlich auch unnötig Ich habe auch Slurp Und so eine Sache Hoffentlich wird es eine Trinity Bomb Oder Das Ich werde Bitte mindestens 17 Kills Da habe ich Unseren Solo-Rekord gebrochen Bitte Warum trefft das nicht? Ja, ja Place 2 Hit, hit Oh Mann Haut einfach Nimmt sich die Lute Note ab Was bist du für einer? Ich brauchte dich Du bist mein Kill Ach, jetzt jumpt er dann noch rum Nein, er ist nicht bei Er geht wieder zum Kalsir Sieht er mich? Ich verbrüchte, er sieht mich nicht Ich nehme dir deine Ehe Ich nehme dir deine Ehe Ich nehme dir deine Ehe Ja, perfekt Maske ist wieder gut Ich sage, ich brauche 17 Kills Da besser würde noch Trinity Bomb sein Bei Lars glaube ich nicht nur, dass ich das schaffe Ja, Trinity Bomb erledigt Noch zu viel Ich habe meine Ehe das ist... Digga nee ich bin so OP Komm bitte, 17 Kills. Keiner darf sterben, bitte! Es wäre okay, wenn es ein Main-Season-Rekord wäre. Aber bitte 17 Kills, bitte! Ich will es hoffen! Da! 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 Come on, bitte Gegner. Eine Sache, bitte bekämpft euch nicht. Bro, ich will dringend diese Bomb. Keine Skybase. Wo sind sie dann? Da ist einer. Was seid ihr für Camper? Was seid ihr für Camper? Du kannst einfach vor mein Gesicht landen. Das wird ja alle von mir. Ich habe keinen Jump-Hits. Was? Lol. Oh Das macht auf einmal kommt erscheint ein gegner vor mein gesicht als hätte er sich extra dahin teleportiert mit Hex ja nein mein KILL egal 16 KILLS SOLO 16 KILLS GO